Ja, und damit sag ich wieder Hallo und Willkommen zurück bei einer neuen Folge Tropico. Und wir drücken jetzt mal kurz auf Pause, denn wir sind immer noch in Mission 1 und sollen als nächsten Punkt Transporthäfen errichten, und zwar auf allen anderen Inseln. Und dazu möchte ich mich jetzt erst einmal umschauen. Wo wir die denn am besten hinbauen? Ich glaube, auf der Insel macht es fast hier am meisten Sinn. Das ist halbwegs erreichbar von der Hauptinsel. Da haben wir einen relativ kurzen Weg. Das sollte relativ schnell erledigt sein. Und wie immer mache ich hier auch gleich das Stückchen Straße dran, damit wir uns dann selber nicht im Weg stehen hinterher. Und uns hier irgendwie die Transportwege zubauen. Da bin ich nämlich auch so ein Experte dafür. Das wollen wir ja nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich wieder auf Start. Damit hier schon mal die ersten rüberrudern, was hoffentlich nicht allzu lange dauern wird. Und dann den zweiten Hafen werde ich auch der Hauptinsel zugewendet bauen. Und zwar am besten irgendwo hier oben. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Und auch hier das altbekannte kleine Stückchen Straße, das wir uns gleich vor die Haustür pflanzen. So, da haben wir jetzt hier schon welche unterwegs. Da ist hier noch was im Argen. Produktion scheint soweit zu laufen. Ich glaube allerdings, wir können das jetzt trotzdem wagen. Ich würde gerne diese Rumeinnahmen nicht vergeuden. Und deswegen nehmen wir doch zumindest die 2500. Die sollten relativ schnell verkauft sein und uns aber auch einen gewissen Batzen an Kohle bringen. Ah, und hier kommen schon die ersten Arbeiter. Sehr schön. Hier ist noch keiner unterwegs. Das macht aber nichts. Und wir überlegen uns in aller Ruhe, Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Okay, es war so klar. Ich habe ja immer das Glück. Aber wir müssen sie nur erfüllen. Das heißt, mit ein bisschen Glück, ich nehme das jetzt einfach mal an, mit ein bisschen Glück sollte das passen. Weil die ist ja mit der Krone und sie ist noch nicht erfüllt. Da steht ja nicht, wir sollen eine annehmen, sondern wir sollen eine erfüllen. Da hoffen wir jetzt einfach mal das Beste. Lassen das soweit mal aus sich hin. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich hier meinen Haken hinstellen soll. Ich glaube, dass er da gar nicht mal so schlecht aufgehoben wäre. Kurze Wege und so. Und auch hier mache ich mir dann erst einmal ein Stückchen Straße dran. Und sobald der ganze Spaß dann fertig gebaut ist, schauen wir mal, wie es weiter geht. Und hier ist auf jeden Fall der erste schon in der Mache. Beziehungsweise sogar schon fertig. Und was hier so ins Meer fließt, schaut auch nicht so gesund aus. Und da wir wahrscheinlich hier diese Schwefel sehen oder ähnliches, was ich jetzt mal von der Farbe tippen würde. Und was ich auf jeden Fall verrauche, das weiß ich jetzt schon. Gouverneure, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Taverne-Bahn. Taverne-Bahn kann nie schaden, das nehmen wir jetzt mal an. Was ich auf jeden Fall brauche, das ist hier drüben ein Baubüro. Und sobald wir dann noch irgendwas anderes haben, ein Transportbüro. Das stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Hören mal die Straße hier weiter. Weil sonst wird uns das dann nämlich wahrscheinlich zu lange dauern, wenn die Inseln nicht ihre eigenen Baubüros bekommen. Ich hoffe nur. Das Transportbüro brauchen wir dann auch noch, allerdings erst später. Das Baubüro werden wir auch hier gleich mit einplanen. Die grausame, salzige See. Sie brennt in den Lungen des jungen Ben Ultimo. Das Gefühl ist recht unangenehm. Ja, das haben wir dann hier wohl die Insel, wo wir ihn seinerzeit aufgelesen haben. Daher auch das SOS am Strand. Ich bin unheimlich froh, wieder auf einer Insel mit Backsteingebäuden und Sanitäranlagen zu sein und wieder einen Gesprächspartner zu haben, der keine Kokosnuss isst. Okay, wir sollen die Kokosnüsse also hier erst einmal abernten und die Gebäude verbessern. Das machen wir dann allerdings erst, wenn sie fertig sind. Gouverneur, wir müssen reden. Aber nicht zu laut. Die Wände haben Ohren. Und nicht zu leise, sonst können wir einander nicht hören und müssen uns wiederholen. Okay, da haben wir hier halt auch jede Menge zu tun. Piratenbucht. Bergwerk müssen wir haben. Aber erst einmal würde ich sagen, schließen wir die Sache mit den Transporthäfen ab. Und mit dem Baubüro, weil sonst dauert es nämlich alles ewig. Deswegen werden wir auch hier gleich einmal eins einplanen. Und nachdem das dann vermutlich das letzte Gebäude sein wird, wie das gebaut wird. Arbeiter. Na ja, wir machen jetzt erstmal unsere drei Außenposten soweit fertig. Kurzen Blick auf unsere Handelsroute werfen. Haben wir da schon was exportiert? Nö. Haben wir hier drin im Lager? Nö. Das könnte sich jetzt aber auch gerade so überschnitten haben. Sie schlagen sich großartig, Gouverneur. Oh, übrigens, Sie haben nicht zufällig wertvolle Metalle auf ihren Reisen gesehen. Kein Gold. Nein. Nö, nö. Ich weiß von gar nichts. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Kohle. Was wollte ich eigentlich schauen, ob sich da schon was getan hat? Nein, noch nicht. Kommt aber hoffentlich noch. Ja, und wie ich schon angenommen habe, steuern die das tatsächlich in der Reihenfolge an. Wie ich das geplant habe und deswegen werden wir da jetzt auch umgekehrt vorgehen. Wir setzen nämlich im Zuge unserer Besiedlung auch überall ein Transportbüro drauf. Ich denke, das kann man verantworten. Sollte geldmäßig auch drin sein. Ich glaube, Shift war der Trick, dass ich mich jedes Mal wie so ein Dödel draufhücken muss. Aber jetzt setzt man hier erst einmal eine Straße. Und dann kriegen wir auch hier das Transportbüro. Und wir kriegen dann natürlich auch hier drüben. Ein Transportbüro. Und nachdem es so rum nicht geht, schauen wir mal, ob wir hier noch die Straße weiter bauen können. Und dann kommt das Ganze hier hin. So, was ich jetzt nicht gesehen habe, ist, wo unsere Bauarbeit da abgegriffen wird. Nein, die sind schon hier. Wuseln hier rum. So soll das sein. Da geht auch der Bauarbeiter. Und dann werden wir uns hoffentlich auch hier die Bauarbeiter unterstützen, sodass wir mich für jedes Bauvorhaben mit dem Schiff übersetzen müssen. Zumindest würde ich mir das so wünschen. Und im Idealfall fangen die dann hier auch gleich mit unserem Transportbüro, während uns der Rest auf den anderen Inseln unterstützt. Wir schauen jetzt gleich mal eben hier in den Hafen. Und wir sollen ja... Was war das noch? Ne, was war das noch? Da werden die Dings haben wir. Da werden wir so immer bauen. Ne, das war hier glaube ich dann auch der Taverne, gell? Aber ich weiß nicht mehr, was die von uns wollten. Ich hab's gerade vergessen. Ich hab's gerade vergessen. Ah, Matrosen hier. Das war's, genau. Das machen wir doch. Jetzt war gleich. Alle unsere Transporthäfen kriegen die Matrosen. So, wo wird jetzt hier gearbeitet? So, hier ist das Baubüro fertig. Und hier wird jetzt als nächstes in Angriff genommen. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich dann auch nachher hier gleich, dass mein Plan aufgeht und die mit dem Transportbüro loslegen, weil dann können wir nämlich tatsächlich wie geplant das einmal jetzt entgegen dem Uhrzeigersinn fertigstellen. und hätten damit dann Okay, das ist jetzt schon gekauft. Sehr schön. So, enttäuscht mich nicht. Hier geht's jetzt bitte direkt über die Straße. Ach, komm schon. Ach, gut. Ich glaube, der Plan geht auf. Und es wird hier am Transportbüro weitergebaut. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Genau so hatte ich das mir vorgestellt. So, damit hat man dann auf der ersten Insel die Grundlagen gelegt. Wie schaut es bei den anderen aus? Hier ist schon was passiert. Sehr schön. Die können wieder zurückfahren. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch die letzte Insel. Und dann haben wir überall den Grundstock gelegt, dass wir hier unsere Missionen soweit erfüllen können. Und jetzt wird auch hier gearbeitet. Und unser letztes Transportbüro fertiggestellt. Ja, und damit sollte man dann eigentlich eine solide Basis haben für alles, was danach noch kommt. Mein Vorschlag ist, wir kümmern uns jetzt erst um die Krone und die Rebellen. Und dann macht man unser Bergwerk fertig. Und die anderen Aufträge. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Und ich sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.